ja immer heute bestellt heute morgen morgen da so ne früher gab es noch rc toy die das war ein abfucker gewesen dann irgendwann die leute nur noch verarscht mich haben sie komischerweise nicht verarscht aber da hast du bestellt hast immer die billigsten preise komischerweise bekommen mit dieser 10 prozent aktien und jetzt irgendwie immer alles da ja ich glaube Ich glaube, es ist ein bisschen langer, aber langer ist es nicht so, ich weiß, es war nicht mein erstes Mühle. Ich weiß, es war nicht mein erstes Mühle, das war nicht mein erstes Mühle, das war nicht mein erstes Mühle. Ich bin früher aus Hause, ich bin früher aus dem Jahr. Lieber Kollegen, ich bin früher in meiner Zeit, ich bin früher in meiner Zeit. Ich bin früher in meiner Zeit.